durchzugucken. Ach, er lebt noch. Ich dachte, was hat der denn? Habt was gefunden! Ach, jetzt schimmel. Yo, lass mir Ruhe. Hä? Der isst seinen Kollegen oder was ist hier los? Was war anders grad? Der isst grad der eine, die eine Saftkuh ist auf die gleiche der anderen Saftkuh zugelaufen und hat reingebissen. Einfach mal den Kollegen wegknuspern. Ne, mal ehrlich, könnte ich es nicht so heilen oder sowas? Das wär krass. Die Sache ist, die fügen halt immer wieder irgendwelche Sachen zu und dann wunders dich nachher, was da passiert. Du bist nicht auf dem neuesten Stand, wenn du nicht auf dem Discord-Server bist und dir das durchliest. Ja, auf dem Discord-Server bin ich, aber durchlesen. Die Patch-Notes lese ich mir durch.